Tullamore in Irland. Alte Burgen, grüne Wiesen und natürlich Pubs. Volkssport ist hier Snooker. Diese besonders schwierige Billardvariante hat auf der grünen Insel eine lange Tradition. Und ihm wurde das Snookertalent in die Wiege gelegt. Adam, gerade mal vier Jahre alt. Die Zeitungen in Irland sehen in ihm schon den künftigen Weltmeister. Adam wohnt etwas außerhalb der Stadt. Letzte Woche hatte er Geburtstag. Hallo? Willkommen, komm in! Are you Adam? Hi, I'm Kai. Nice to meet you. How are you? Good? Good? Okay. Look what I have. It's a little birthday present for you. Bam! Wollen wir das drinspielen? You wanna play inside? Yes. Yes, okay. Adam liebt Bälle und Kugeln. Alles was bunt ist und rollt. Und auch seine Schwestern mischen kräftig mit. Und das ist seine Familie. Papa Sean. Marketingexperte. Die neunjährige Kelly. Die ein Jahr jüngere Emma. Und Mama Elaine. Familie Wynn. Jetzt zeigt mir Adam aber erstmal seinen Lieblingsplatz zu Hause. Den Snooker Salon. This is a big Snooker table. Wow! Wow, das ist ein großer Tisch. Der ist wirklich groß. Adam packt seinen Kö aus und los geht's. Ready? Yeah. Okay. Die bunten Kugeln versenken? Für Adam ein Kinderspiel. Er hat ja auch schon früh angefangen. Er war ungefähr 20 Monate alt. Er hat sich auf einen Kasten gestellt, denn er konnte nicht auf den Tisch gucken. Es war lustig, denn wenn er da runter stieg und um den Tisch lief, sah man ihn nicht. Bis er sich wieder auf den Kasten stellte. In Irland ist er deswegen schon ein kleiner Star. Do you know this guy? That's me. That's you? What kind of school do you go? Play school. Play school? Yeah. Where toys are. Ah. So no books. There are books. There are books? Yeah. Here. Wir machen jetzt einen Trick, ja? Trickshot. Kreide in den Mund schießen? Eine seiner leichtesten Übungen. Er trainiert nicht jeden Tag. Manchmal geht er in der Woche auch nur eine Stunde an den Tisch. Das ist sein Talent. Snooker ist nicht alles für ihn. All the time. Let's play soccer. Soccer? You wanna play soccer? Yeah. You wanna play soccer to me? Yeah. Im Garten zeigt mir Adam, dass er auch mit der großen Kugel umgehen kann. Oh. Oh. Oh my God. What are you doing? Oh. Adam Wynn, das Billardwunderkind aus Irland. Dieser Vierjährige versenkt einfach jede Kugel. I will be the Snooker Chump.